Die Kunden von Walmart unter anderem, aber auch von vielen anderen Einzelhändlern sind es gewesen, aber Walmart ist natürlich der Weltgrößte, die insgesamt für positive Daten im Juli gesorgt haben. Plus einem Prozent bei den Einzelhandelsumsätzen hat den ein oder anderen Anleger tatsächlich ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Kein Wunder, dass Dow Jones, S&P und die Technologiebörse Nasdaq insgesamt von dieser Rückenwind-Situation in Sachen Wirtschaft profitieren können. Gleichzeitig steigen die Anleiherenditen an den Bond-Märkten, denn die Zinssenkung, die für den 18.09. erwartet wird, möglicherweise wird sie erstmal nur um 25 Basispunkte ausfallen und nicht, wie die Wahrscheinlichkeit es nahegelegt hat, in den vergangenen Tagen mit 50 Basispunkten. Schauen wir uns die Einzelhandelsumsätze etwas mehr im Detail an. Wie war das in den jeweiligen Kontrollgruppen? Steigerungen haben wir gesehen bei Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugteilen um 3,6 Prozent. Auch Elektronikgeräte wurden stärker nachgefragt. Dort ein Anstieg um 1,6 Prozent auf Monatsbasis. Schwächer hingegen die Bekleidungsartikel, allerdings das Minus mit minus 0,1 Prozent doch überschaubar. Sportartikel, Hobby und Bücher mit minus 0,7 Prozent schon etwas schwächer und bei sonstigem minus 2,5 Prozent. Bei den Erstanträgen auf Arbeitslosigkeit 227.000 erwartet worden waren 234.000. Ist man aber, was die Abkühlung auf die Gesamtsicht betrifft, mit 1,864 Millionen doch etwas schwächer unterwegs als 1,871. Klar, diese Zahlen, und ich sagte es bereits, werden die Renditen in die Höhe treiben. Aber die Erleichterung ist das, was die Aktienmärkte hier mehr spielen, als dass man denkt, dass die Geldpolitik weiterhin restriktiv bleiben wird. Allerdings braucht Jay Powell mit seinen Kollegen nicht nur weitere Daten, die wird er bekommen, unter anderem durch den PCE-Index am 30.08. und von der Beschäftigungsfront und dem großen Arbeitsmarktbericht am 6. September. Nein, auch die Verbraucherpreise am 11.09. werden einen Aufschluss darüber geben, was Jay Powell mit seinen Kollegen in Sachen Zinssenkung wird vornehmen. Die erste Ankündigung, das Wording anzupassen, im Gegensatz zu der Juli-Notenbank-Sitzung, hat er im Jackson Hole-Bankensymposium zum Ende der nächsten Woche. Das beginnt am Donnerstag. Ansonsten, der Blick außerhalb der USA zeigt, dass in UK die Industrie- und Fertigungsproduktion über den Erwartungen liegt, auch das BIP im zweiten Quartal deutlich besser als erwartet. Und ein bisschen bessere Nachrichten gibt es auch aus der chinesischen Wirtschaft. Die Industrieproduktion ist zwar leicht rückläufig mit 5,1%, liegt aber etwas besser, genauso wie die Einzelhandelsumsätze mit 2,7%, besser als die erwarteten, besser als die im Juli vermeldeten 2%, so eine Reuters-Nachricht. Das BIP in Japan deutet auch auf einen stärkeren Konsum und möglicherweise dann auch doch nochmal auf eine Zinsanhebung an, mit plus 3,1% gegenüber den erwarteten 2,3% gibt es auf jeden Fall eine Reihe von Argumenten. Äußerungen gab es auch in Sachen Zinspolitik, der vom Präsidenten der Fed in Atlanta, er sei offen für Zinssenkungen und geht davon aus, er ist relativ taubenhaft unterwegs, dass diese Zinssenkungen dann tatsächlich auch im September vonstatten gehen. Etwas zurückhaltender äußert sich der Fed in Chicago, Gulsby mit Namen. Er sagt, die Beschäftigung macht ihm tatsächlich so ein bisschen Sorgen, für ihn wird dann vor allen Dingen der Arbeitsmarktbericht am 6. September ein wichtiger Gradmesser sein. Die USA sind geopolitisch daran interessiert, tatsächlich Israel zu einem Waffenstillstand zu bewegen, obwohl man gestern vermeldet hat, dass man weitere Waffenlieferungen ermöglicht hat. Denn man sagt vonseiten der amerikanischen Administration, die militärischen Ziele seien im Gazastreifen doch erreicht und jetzt müsse man vonseiten der Netanjahu-Administration an den Verhandlungstisch zurückkehren. Gleichzeitig verdichten sich die Anzeichen im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf, was Harris am Freitag in North Carolina sagen wird in Richtung Wirtschaftsprogramm, das sie vorliegt. Sie fordert unter anderem höhere Steuern für vermögende Privatpersonen und Unternehmen und gleichzeitig möchte sie Wucherpreise im Lebensmittelhandel untersagen und regulieren. Trump hingegen kündigt an, der am Mittwoch nächste Woche in North Carolina reden wird, dass er drastische Zölle im Fall seiner Wiederwahl erheben wird und gleichzeitig droht er mit einem Schreckensszenario, nämlich einer Wiederholung der Depression von 1929. Bei Zahlen gab es heute, sehr gute Zahlen von Walmart, ich habe es eingangs schon gesagt, die Quartalsumsätze sind um fast 5% gestiegen. Das Ergebnis, die Aktie auf 67 Cent erwartet worden waren, ein Anstieg um 65 Cent. Auch der Umsatz kann sich deutlich sehen lassen. 169,34 Milliarden versus 168,63 Milliarden und man hat vor allen Dingen den Korridor und die Umsatzziele nach oben genommen. Um 3,75 bis 4,75 Prozent sollen die steigen so. Das Board und auch der bereinigte Gewinn ist weiter nach oben genommen worden, was die Ziele betrifft. Finanzforscher John David Rainey hat sich zu den amerikanischen Verbrauchern geäußert und hat erwähnt, dass vor allen Dingen immer mehr Kunden tatsächlich die höhere Qualität bei Walmart schätzen und dementsprechend man auch Kunden gewinnen konnte, die vorher eher nicht zur Klientel des größten Einzelhändlers gehört hatten. Zudem ist der Bereich E-Commerce stark gestiegen um 21 Prozent insgesamt im abgelaufenen Quartal. In den USA sogar, also das waren die globalen Zahlen, in den USA sogar um 22 Prozent. Und die Qualität zahlt sich aus. Die Aktie gewinnt deutlich über 8 Prozent. Sie gehört ja ohnehin zu den Top-Picks. Aktuell, während der S&P Roundabout 14 Prozent gemacht hat, lag die Aktie heute vorbörslich bei plus 31 Prozent. Auch das Landwirtschaftsunternehmen Deere hat Zahlen vorgemeldet, verbessert sein Ergebnis pro Aktie auf 6,29 Dollar. Man hat höhere Margen und ein besseres Ergebnis erzielen können. Beim Ausblick bleibt man allerdings etwas zurückhaltend. Die Ergebnisprognose wird beibehalten mit 7 Milliarden US-Dollar, was gleichbedeutend ist mit einem leichten Rückgang wohl im vierten Quartal. Trotzdem die Aktie heute freundlich unterwegs mit plus 3,9 Prozent vorbörslich. Man sieht einen Aufschlag und weiter die Trading Range 350 bis 410 US-Dollar. Beim Modeunternehmen Deere gab es einen Rückgang beim Gewinn und auch die Umsätze sanken um 5 Prozent. Es waren zudem schwächere Margen und Growth Margens, also Bruttomargen zu verzeichnen. Das hat sich logischerweise auf den Gewinn ausgewirkt. Die größeren Ausgabenlasten auf der Rentabilität zudem alles ein Port-Pourri, aus dem heute zumindest vorbörslich mal schwächere Aktienkurse sind. Ein Konkurrent Tapestry mit Namen, viertes Quartal, der Umsatz deutlich über den Erwartungen. Vor allen Dingen die Marke Coach kann überzeugen im Bereich Kleidung. Man hat gleichzeitig bei dem Ausblick die Umsatz- und Gewinnprognose für das Jahr 2025 angehoben. Man liegt jetzt im Rahmen zwischen 6,7 und 7 Milliarden US-Dollar und dementsprechend kann die Aktie kräftig zulegen. Bei Alibaba, da gab es auch Zahlen, man meldet ein Plus bei Gewinn pro Aktie und beim Ergebnis vor Steuernzinsen und Abschreibung. Allerdings der Cashflow hat nicht so richtig mitgemacht und wenn wir berücksichtigen, dass das Unternehmen vermeldet hatte, dass man Aktien im Wert von 5,8 Milliarden US-Dollar zurückgekauft hatte, hatte im abgelaufenen Quartal aber nur ein Free Cashflow von 2,9 Milliarden zur Verfügung hatte, dann wissen wir, dass das Ganze nicht so richtig nachhaltig ist. Die Aktie hat auch tatsächlich verloren. JD.com haben auch einen Ergebnissprung gemeldet, die Aktie profitiert. Beim Earnings per Share kann man um 73,7% zulegen und auch die Margen lagen über den Erwartungen mit 4%, also 1% darüber, als was erwartet worden war. Von Cisco, da gab es ja gestern nachbörslich die Zahlen, das Ergebnis je Aktie mit 87 Cent besser ausgefallen als die erwarteten 85%, auch wenn der Umsatz zwar um 10% sank im Vergleich zum Vorjahr. Er hat trotzdem die runtergeschraubten Erwartungen des Marktes, die bei 13,53 Milliarden US-Dollar für das abgelaufene Quartallagen deutlich steigern können. Die Margen sind deutlich besser mit 67,5% liegen, 0,4% über den Erwartungen. Vor allen Dingen aus den Bereichen Netzwerksicherheit und Services werden gute Zahlen vermeldet. Die Produktbestellungen sind grundsolide, sind um 14% gestiegen und der Ausblick ist halt King an dieser Stelle und der ist bei Cisco super, zumal man angestrebt hat, tatsächlich Umstrukturierungsmaßnahmen zu ergreifen, um sich weiter auf Cybersicherheit und KI-Lösungen zu spezialisieren. Im Zuge dessen hat man bekannt gegeben, sich von 7% der Belegschaft zu trennen. Bei Lamentum gab es gestern auch Zahlen beim Optik-Anbieter, die waren fantastisch ausgefallen. Man hat auch, was den Ausblick für das angelaufene Quartal betrifft, die Konsensschätzung übertreffen können. Dementsprechend gab es zusätzlich zu den Rekordaufträgen im Bereich Dataships in Rechenzentren ein Potpourri, aus dem steigende Kursnotierungen heute sind. Insgesamt natürlich auch gefördert und beflügelt vom Gesamtmarkt. Dann gab es noch Meldungen zu Apple. Berkshire Hathaway hat jetzt insgesamt so viele Aktien verkauft, dass man jetzt exakt 400 Millionen Anteile besitzt. Gleichzeitig gibt es Gerüchte, dass Apple sich möglicherweise in Sachen NFC-Chip-Technologie Drittanbietern öffnen wird. Und man verfolgt weiterhin den Bau und die Bestrebungen in der Robotik Fuß zu fassen. Stichwort hier Tischroboter. In Sachen Zerschlagung von Google Alphabet gab es seitens des Justizministeriums die Prüfung, ob man möglicherweise das Unternehmen dazu bewegen könnte, Teile des Unternehmens abzuspalten. Chrome, Android beispielsweise, um diese marktbeherrschende Position etwas aufzudröseln. Insgesamt zeigt sich der CEO insgesamt gesprächsbereit. Der ein oder andere Marktteilnehmer allerdings, der über eine mögliche Zerschlagung oder Aufteilung von Google nachdenkt, sieht das gar nicht so negativ. Dann würden die einzelnen Geschäftsbereiche doch etwas besser bewertet als im Konglomerat. Wir hatten ähnliche Tendenzen auch schon bei anderen Unternehmen gesehen. Analysten-Kommentare gab es heute auch, unter anderem auch wieder zu Apple von Morgan Stanley. Sie betonen nochmal ihre Markteinschätzung mit Übergewichten und die Deutsche Bank empfiehlt Robinhood zum Kauf. Die Aktie sei unterbewertet und hat ein Upside-Potential von 20%. Ich wünsche an dieser Stelle einen guten und erfolgreichen Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.